Vernichtet Künstliche Intelligenz Arbeitsplätze oder schafft das gar ganz neue Arbeitsprofile? Wie verändert KI unsere tägliche Arbeit als Individuen, aber auch als Organisation, als Unternehmen? Das sind einige Themen, die ich heute diskutieren möchte und dazu habe ich eine führende Expertin auf dem Gebiet eingeladen. Christen Thomas, sie ist Professorin bei uns an der Universität Paderborn für Organisational Behaviour. Ja hallo. Herzlich Willkommen Christen. Also ich glaube das ist eine Frage, die bewegt viele Leute auch nicht seit heute oder auch nicht erst seit die wir JGPT kennen. Wird KI irgendwann oder Technik in dem Allgemeinen tatsächlich Arbeitsplätze vernichten, sie neu gestalten und das ist glaube ich ein Thema was viel bewegt. Wie setzt du deine Einschätzung mal so ganz allgemein auf das Thema? Ja genau, also ich glaube die Frage haben wir schon ganz oft diskutiert, auch in anderen Zusammenhängen beispielsweise als Computer eingeführt wurden oder als Robotik eingeführt wurde, wurde immer gesagt, naja da werden wir alle überflüssig, niemand wird mehr Menschen brauchen und in Wahrheit muss man sagen, das ist nie so richtig passiert bislang. Insofern haben wir gute Hoffnung, dass es auch diesmal nicht passiert. Was auch natürlich schon passieren könnte ist, dass sich Arbeitsplätze schon fundamental verändern. Das machen sie aber eigentlich auch die ganze Zeit. Also keiner arbeitet mehr wie vor 20 Jahren und vor 20 Jahren hat keiner gearbeitet wie vor 40 Jahren. Insofern haben wir schon ständigen Platz in den Arbeitsplätzen und in der Arbeitsplatzgeschaltung und auch was wichtig ist für die Menschen am Arbeitsplatz, was sie können müssen. Aber dass massenweise Arbeitsplätze vernichtet werden und wir alle arbeitslos sind, weil einfach autonome Roboter, KI gesteuert alles für uns machen, das ist jetzt erstmal sehr unwahrscheinlich. Okay. Ich will ein bisschen mal an der Stelle dagegen halten, weil von meinem Gefühl her ist es schon so, dass ich doch durch Chat-JPT, man sieht doch, dass einiges sich schneller verändert. Auch viele Aufgaben, auch in meinem alltäglichen Doing, die mache ich jetzt sehr stark KI-basiert und ich bin ehrlich, ich habe vor zwei Jahren auf unserer Weihnachtsfeier einfach mal gesagt, man muss auch die Frage des Wissenschaftlers oder auch des wissenschaftlichen Assistenten und das so übertrieben mal hinterfragen, weil viele Tätigkeiten der Recherche, das geht ja schon sehr gut auch mit diesen Systemen. Daher von meinem persönlichen Gefühl her tut sich doch gerade etwas mehr. Kannst du zumindest aus deiner Sicht sagen, wen betrifft es oder welche Arbeitsaufgaben betrifft es vielleicht dann aktuell mehr im Vergleich auch zur Vergangenheit? Weil die Robotik-Thematik oder Automatisierung-Thematik, die hat ja sehr stark die Produktionsarbeitsplätze adressiert. Ist das jetzt durch das Thema KI oder Generative AI ähnlich oder sind das ganz andere Aufgaben? Ja, tatsächlich ist wahrscheinlich eher eine andere Personengruppe oder Arbeitsplatzgruppe ein bisschen bedroht. Nicht so sehr manuelle Tätigkeiten, sondern eher Kopfarbeiten, Kreativaufgaben. Wir denken zum Beispiel wahrscheinlich, dass es das Berufsbild der Journalisten sehr verändern wird, aber auch das Berufsbild von Personen, die Bilder produzieren, Marketing. Solche Aufgaben werden wahrscheinlich stärker betroffen sein von den neueren Technologien. Aber dennoch wissen wir auch und das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich, dass menschliche Intelligenz schon noch nötig ist, beispielsweise um Informationen zu recherchieren oder zu verifizieren insbesondere. Wir haben ja alle schon KI erlebt, die halluziniert, die sich selber Referenzen ausdenkt oder Antworten erfindet, uns so Pseudoreferenzen einfügt und auch da könntest du nicht deinen kompletten Skirn outsourcen an die KI, sondern müsstest immer noch selber tätig bleiben und das prüfen. Wir müssen selber auch noch denken bei dem ganzen Prozedere, aber es ist schon so, die Arbeitswelt verändert sich. Das glaube ich, kann man schon sagen, aber das hast du gesagt, ist eigentlich nichts Neues. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie schnell verändert sie sich schneller als vor zehn oder zwanzig Jahren, aber auch das ist ja mühselig. Ich glaube, es ist viel spannender zu hinterfragen, was verändert sich, welche Aufgaben verändern sich und da hast du ja auch schon oder wie fühlen sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt damit konfrontiert sind bei dem Thema KI, die ja vielleicht mit dieser emotionalen Angst auch erst mal zu kämpfen haben, wenn sie sagen, ich arbeite ja schon seit 20 Jahren und jetzt kommt da jemand mit einer Softwarelösung, die das genauso gut kann. Das sind ja schon die Szenalen, die man ja auch sieht. Hast du da Studien vielleicht, Untersuchungen, Befragungen auch in der Vergangenheit schon gemacht? Kannst du da vielleicht ein bisschen auch ein Bild zeigen, wie das vielleicht auch bei Industrieunternehmen momentan ausschaut? Ja, genau. Also wir sehen natürlich schon, dass sich ganz viele Unternehmen mit KI beschäftigen. Wir haben ja selber in dem Kompetenzzentrum Arbeitswelt Plus da auch eine Umfrage gemacht und sehen schon, dass das in vielen Unternehmen in den Startlöchern steht. Allerdings häufig in Bereichen, in denen sowieso schon stark auf technische Lösungen gesetzt wird, zum Beispiel in der Produktion, im Qualitätsmanagement, nicht so sehr in den Bereichen, die jetzt wahrscheinlich eher stärker betroffen werden, wie Textgenerierung. Also im Marketing, Personal, überall, wo man vielleicht große Mengen Text verarbeiten muss, da steckt das eigentlich noch ein bisschen in den Kinderschonen. Da sind aber eigentlich die großen Sprünge zu erwarten, würde ich denken. Also wenn man sich das so anschaut in den Bereichen. Eine andere Sache ist natürlich, dass wir auch gesehen haben, gerade zum Beispiel bei der Computerisierung hat man das ganz gut gesehen, dass auch ganz neue Berufsfelder entstehen. Wer hätte gedacht, vor 30 Jahren, dass es irgendwann so etwas wie App-Entwickler geben wird. Niemand hätte das gedacht. Und jetzt arbeiten wirklich richtig viele Menschen in solchen Bereichen. Und solche Shifts werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall sehen. Eine zweite Sache, die man auch immer wieder bei so Technologien sieht, ist, dass die Leute eigentlich Angst haben vor etwas, das sie nicht so richtig kennen. Das haben wir bei den Robotern auch schon mal erlebt, dass alle Angst hatten vor dem Terminator, der kommt und dich behandelt, beispielsweise als Arzt. Und jetzt ist das bei KI so ähnlich. Keiner weiß so richtig, worum es da eigentlich geht, was das eigentlich für ein Elefant im Raum ist. Aber das macht natürlich irgendwie erst mal Angst, weil es unbekannt ist und auch so ein bisschen Storys immer umherlaufen, was das denn dann alles können wird und wie es uns alles ersetzen wird. Und naja, da ist natürlich schon auch Kompetenzentwicklung und Aufklärung gefragt. Da sprechen wir gleich drüber, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir vor allem über Lösungen sprechen und was muss man tun, was muss ich als einzelne Person tun, aber was muss ich auch als Unternehmen jetzt eigentlich, in was muss ich investieren, damit ich da richtig aufgestellt bin. Ich fand einen Aspekt ganz, ganz interessant, den ich, den man auch in der Presse relativ aufzieht, den sogenannten Over-Employment. Also, dass ich zwei oder drei Jobs habe, aufgrund meiner Fähigkeiten, die ich jetzt habe, auch KI-gestützt, zum Beispiel aus dem Homeoffice, an mehreren virtuellen Konferenzen teilzunehmen, mir die automatisiert zusammenzufassen und dann dementsprechend auch drei Gehälter oder zwei Gehälter, sagen wir jetzt mal, zu bekommen. Das ist ein Phänomen, was zumindest nachweislich sehr stark in den USA, im Silicon Valley, tatsächlich passiert. Die Unternehmen wissen auch nichts davon. Ist das jetzt eine Chance oder ist das etwas, was jetzt vielleicht in der aktuellen Zeit sich gerade mal reinwirkt, aber so wirklich ein Over-Employment, dass wir ein so großes Wachstum der Produktivität bekommen würden? Ist das tatsächlich etwas, was eine Chance auch dadurch ist oder ist es etwas, was sich irgendwann auch wieder reguliert und jetzt eher noch ein Hype ist, weil einige Leute einfach schneller sind in der Anwendung dieser Tools? Genau. Ich glaube, Over-Employment ist eher ein Phänomen, das jetzt stattfindet, weil einige Leute einfach die Chance nutzen und sehr gut ausnutzen können, weil sie eben auch sehr fähig sind und sich sehr gut eingearbeitet haben. Irgendwann werden die Unternehmen aber natürlich feststellen, dass sie eigentlich den Leuten nicht die wirklich wahre Arbeitszeit bezahlen, sondern zu viel bezahlen, weil die Aufgaben, die eigentlich für 40 Stunden gedacht sind, in zehn Stunden schon erledigen können mit hilfetechnischer Lösungen, sodass die Arbeitgeber wahrscheinlich darauf reagieren werden und einfach neue Jobs zusammenschneiden werden, denke ich eher, als dass es zu strukturellem Over-Employment kommen wird. Eine andere Gefahr ist allerdings tatsächlich so etwas wie eine Disparität. Also Leute, die das besonders gut bedienen können, werden gut verdienen und Leute, die das nicht bedienen können, werden dann wahrscheinlich nicht so viel verdienen oder vielleicht eben auch in andere, vielleicht eher manuellere Tätigkeiten wechseln müssen. Und das könnte schon so grundsätzlich auch zu einer weiteren Öffnung der Schere gehen in den Gehältern natürlich. Ich sehe das jetzt selber auch in Unternehmen, in denen wir unterwegs sind oder auch selbst bei uns am Institut, wo die sagen, es gibt so die Leute, die wirklich intensiv abtauchen in diese Tools und auch in die ganze Systematik und welche, die so gefühlt sagen, ich habe jetzt den Zug verpasst, jetzt mache ich auch erstmal die Klappen dicht und arbeite erstmal an meinen Forschungsthemen und so weiter, aber eben nicht jetzt KI-gestützt. Und das ist auch für eine Wissenschaftlerin und Wissenschaftler schon eine spannende Frage, weil KI unterstützt sicherlich ein Thema, was uns auch betrifft. Hast du da einen Tipp, wie man damit umgeht? Oder gibt es tatsächlich den Punkt, man hat es verpasst und jetzt ist es zu spät? Oder muss man eigentlich an diesen Kompetenzen kontinuierlich immer wieder weiter daran arbeiten und welche sind das dann auch? Ja genau, also das ist natürlich echt schwierig, weil ich glaube schon tatsächlich, dass ein Teil der Leute sehr verschreckt ist, wenn was Neues kommt. Das ist jetzt auch nicht KI-spezifisch, sondern das ist einfach grundsätzlich so, wenn eine Neuerung kommt und dann möchte man damit erstmal nichts zu tun haben und fühlt sich aber nach einer Weile natürlich auch abgehängt, weil alle anderen schon auf den Zug aufgesprungen sind, auch innerhalb einer Belegschaft. Und tatsächlich glaube ich schon, dass man versuchen muss, die Leute doch ein bisschen zu ermutigen und befähigen, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Es ist ja auch nicht schlecht, erstmal Second Mover zu sein in einer Organisation, weil der First Mover wird auch viele Fehler machen. Der wird viele Fehlentwicklungen mitbekommen oder auch aufspringen auf Fehlentwicklungen. Insofern ist es ja nicht schlecht, ein bisschen abzuwarten, aber dann muss man irgendwann schon überlegen, welche Tools brauche ich denn jetzt und welche Tools brauche ich denn jetzt eigentlich nicht. Und gerade bei KI beispielsweise ist es total wichtig, dass darüber diskutiert wird, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen, um KI vernünftig anwenden zu können? Wie kann ich denn kritisch hinterfragen, ob das jetzt ein gutes Ergebnis ist, was da generiert wurde oder ob das vielleicht ein suboptimales Ergebnis wurde, ob da ein suboptimales Ergebnis generiert wurde und solche Fragen. Und die sind ja eigentlich eher nicht so sehr richtig technisch orientiert, sondern eher fast von einer strukturellen Frage. Also ich muss eben gut überlegen, wann ich was zu welchem Zeitpunkt einsetze und welches Tool ich nutze. Dafür muss ich das Tool nicht mehr selber benutzt haben, erstmal. Gibt es schon so eine Art Framework? Ich meine, du bist viel bei Unternehmen, du forscht auf dem Themenfeld, welche, ich sage jetzt mal, fünf Schritte Unternehmen machen müssen eigentlich, um überhaupt zu identifizieren, welche Kompetenzen müssen sie aufbauen oder wie müssen sie sich als Unternehmen jetzt gerade weiterentwickeln? Also ich kriege immer ganz oft die Anfragen, ja, wir haben jetzt gehört, Large Language Models und was können wir damit tun und bauen wir jetzt was Eigenes auf oder eben nicht? Also da ist noch viel Unsicherheit bei den Unternehmen da. Verständlicherweise, muss man ehrlicherweise auch sagen. Gibt es jetzt Tipps von einer Fachfrau, die wirklich weiß, wie man Organisationen entwickelt und dass das auch mit Widerständen natürlich auch verbunden ist? Genau, also ich glaube, erstmal muss so eine strategische Frage beantwortet werden, ob man nämlich auf Off-the-shelf-Lösungen zurückgreifen will, die schon eigentlich fast fertig entwickelt sind und wo man nur ein, zwei kompetente Anwender braucht, die das dann spezifizieren für das eigene Unternehmen oder ob man selber was entwickeln will. Und wenn man selber was entwickelt, hat man natürlich schon die Chance, dass es auch tatsächlich Wettbewerbsvorteile generieren könnte. Es könnte aber natürlich auch ein absoluter Rohrkrepierer sein und man hat ordentlich Kosten versenkt. Also es ist eine mutigere Entscheidung, größere Gewinne möglich und Off-the-shelf-Lösungen sind eigentlich, naja, eine Standardlösung, aber da sind jetzt nicht wirklich Wettbewerbsvorteile möglich. Ich glaube, da muss sich das Unternehmen einfach auch darüber klar werden, was es denn eigentlich möchte. Also was möchte es denn eigentlich für ein KI-Anwender werden? Und das Zweite ist natürlich, dass man immer noch im Unternehmen mal mindestens ein paar Leute braucht, die sowas wie Human Oversight haben können, also die kritisch hinterfragen können, was kann das System denn eigentlich, auf welchen Daten wurde das denn trainiert, wie ist denn der Algorithmus, wie kann man denn eigentlich Qualitätsprüfungen in Algorithmen machen, in unserem spezifischen Fall? Und da müssen mal mindestens ein paar Experten auf jeden Fall geschult werden im Umgang mit KI. Hast du so eine Art Best Practice, wo du sagst, also so ist jetzt vielleicht ein guter Schritt, wie man an das Thema rangeht, auch es organisatorisch irgendwie aufzuhängen? Also man kann jetzt schlecht sagen in einer großen Organisation, ich nehme mir jetzt drei Leute und los geht's. Es sind natürlich auch viele Fragen der Akzeptanz am Ende des Tages und natürlich auch der Verantwortlichkeit innerhalb einer Organisation. Also KI, hören wir ja gerade, ist ein Thema, was nicht nur technologisch ist, sondern mit vielen weiteren Themen Schnittmengen hat. Ja, vielleicht hast du da schon Best Practices oder was gesehen, wo du sagst, das ist vielleicht ein guter Benchmark. Genau, also wir arbeiten jetzt hier mit einem Unternehmen konkret zusammen, die sich überlegt hatten, dass sie, die hatten bei sich im Unternehmen schon sehr viele Keimzellen entdeckt, wo so einzelne Leute schon mit KI zusammengearbeitet haben und auch versucht haben, KI für das Unternehmen weiterzuentwickeln und die dann versucht haben, diese Leute überhaupt erst mal zusammenzubringen, also die aus sich selbst heraus schon begeistert waren. Wir würden das so organisationstechnisch so Change Angels nennen, die einfach mal die Ersten sind im Unternehmen, die was ausprobieren. Und denen muss man dann aber schon auch die Plattform bieten, dass sie andere mitreißen können, dass sie ihre Erfahrungen auch tatsächlich anderen erzählen können. Also zum Beispiel, indem man sowas wie Peer-to-Peer-Schulungen macht, indem man die Leute mal erzählen lässt, naja, ich habe hier überlegt, ich führe KI beispielsweise in der Finanzbuchhaltung ein. Auf welche Probleme bin ich denn hier eigentlich gestoßen? Was waren denn so typische Fallstricke? Was ist etwas, was unsere Organisation spezifisch betrifft? Was ist etwas, was vielleicht jedes KI-Projekt betrifft? Und was habe ich daraus gelernt? Und was ist vielleicht auch schiefgegangen? Das ist ja auch immer ein wichtiges Learning eigentlich, dass man sich mal ein bisschen zu kurz kommt. Und tatsächlich, solche Change-Agents wären beispielsweise eine Methode, wie man das im Unternehmen etwas populärer machen kann. Da hilft es nicht so sehr, jemanden zur YouTube-Academy zu schicken, sondern da ist es besser, das erzählt jemand, der vor Ort weiß, worum es da geht und die konkreten Probleme auch kennt. Und das wird wahrscheinlich jetzt aktuell, das höre ich bei dir raus, das ist auch mein Gefühl, ist das natürlich auch noch ein Forschungsthema. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, die vier Schritte und genauso funktioniert es, weil es gibt nicht das Unternehmen, die sind alle sehr unterschiedlich. Aber man kann schon ungefähr sagen, also im industriellen Kontext, die Unternehmen, die wir jetzt auch sehr stark hier in der Region haben, da ist es sicherlich auch nochmal anders als jetzt bei einem Hyperscaler, der ganz anders aufgestellt ist, nur Softwareprodukte entwickelt. Das heißt, da gibt es auch eine gewisse Legacy und natürlich auch Punkte, die man mitnehmen muss. Und man hat auch einen Betriebsrat hier in Deutschland typischerweise bei diesen Unternehmen, auch die muss man mitnehmen, die wollen auch, die sehen das Thema auch, das ist natürlich schon ein spannendes Umfeld. Genau, gerade die Involvierung des Betriebsrates ist ein richtig gutes Thema eigentlich, weil die häufig schon sehr daran interessiert sind, wie werden sich denn Arbeitsplätze verändern und wenn die konstruktiv mitarbeiten, können die ein richtig großer Gewinn sein, insbesondere bei der Einführung von solchen Technologien, die vielleicht eben datensensibel sind, wo vielleicht personenspezifische Daten gesammelt werden über den einzelnen Mitarbeiter, wo sich vielleicht Arbeitsplätze grundsätzlich verändern. Insofern wäre da auch auf jeden Fall ein konstruktives Vorgehen auf jeden Fall anzuraten. Ich bin ja Technologe, habe aber jetzt auch mit dir ja schon zusammengearbeitet, auch mit anderen Kollegen mehr aus der Arbeitswissenschaft daraus, musste ja lernen, dass man im Dialog, auch im internen Dialog, nur gemeinsam diese Lösung eigentlich arbeiten kann, weil sonst werden sie einfach nicht akzeptiert. Also das geht nicht top down, das funktioniert tatsächlich in dem Themenfeld nicht, sondern es muss wirklich dann auch bottom-up letztlich auch aufgefangen werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz so, wie habe ich gelernt. Ich war mir früher gar nicht so klar, ich sagte, technologische Lösung im Benchmark ist die bessere Lösung, dann wird die auch in der Umsetzung die beste sein. Das ist halt bei Nichten so. Und bei KI, glaube ich, ist das ganz, ganz offensichtlich, dass das schwierig werden wird. Jetzt hast du natürlich auch sehr spezifische Forschungsthemen. Und ein Thema, das weiß ich, aber ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal ganz spannend, ist auch so dieses Thema, was wir jetzt auch mal wieder hören, so diese hybride Intelligenz, die am Ende des Tages entsteht. Also ich habe eine Lösung, eine Algorithmik, die ich auch entwickle, aber die muss auch nochmal gechallenged werden. Vielleicht kannst du da zwei, drei Einblicke geben, was ihr da so gerade so, ich sage jetzt mal, Leading-Edge auch in der Forschung da macht. Genau, also wenn man Algorithmen entwickelt, dann muss man sich ja beispielsweise darüber entscheiden, nicht nur, was ist jetzt der Anwendungsfall, was sind denn eigentlich die Daten, die ich benutzen möchte, sondern häufig ist einfach Expertenwissen vor Ort wichtig. Der Experte weiß zum Beispiel, hier kann ich immer, wenn es unter zwei Millimeter ist, muss ich was auswechseln. Das kann die KI so in ihren Daten einfach mal nicht sehen, zum Beispiel bei einer Qualitätsprüfung. Und wir beschäftigen uns in der Forschung damit, wie kann man denn solches Expertenwissen in den Algorithmus reinbringen. Also wie kann man zum Beispiel entscheiden, welches Expertenwissen gutes, dominantes Expertenwissen ist und wo der Experte aber vielleicht auch einfach fehlgelernt hat. Der hat da so ein Bauchgefühl entwickelt über die Zeit. Er glaubt, das ist immer so, immer freitags geht die Maschine kaputt. Das ist bei uns so. Das stimmt vielleicht gar nicht. Das ist einfach nur so ein Mythos in seinem eigenen Kopf. Also Experten können auch schwer gebiased sein, will ich sagen. Genau, subjektiv. Oder haben einfach, genau, haben irgendwelche Laienhypothesen über die Welt. Genau. Und wir müssen natürlich überlegen, wenn wir so Expertenwissen vor Ort, das wirklich wichtig ist und vielleicht auch wirklich entscheidendes Wissen sein, könnte in Algorithmen reinbekommen, wie kombinieren wir denn eigentlich die beiden? Also wie können wir autonome Feature-Selektionen im Algorithmus machen, aber dann eben doch nicht ganz so autonom, sondern mit Restriktionen, die ein Experte in das System reinbringt? Und wie kriegen wir denn eigentlich den Experten dazu, nur valide Anforderungen zu stellen und nicht einfach sein Bauchgefühl mal eben so rauszuhauen? Weil dann würde der Algorithmus natürlich auch schwer fehllernen. Ich finde die Perspektive eigentlich eine sehr positive Perspektive, gerade auch für Unternehmen, produzieren Unternehmen in Deutschland, weil die Expertinnen und Experten, die haben wir ja. Und wir haben ja wahnsinnig viel Know-how über das, was wir tun in den Firmen, über technische Prozesse. Das unterscheidet meiner Meinung nach auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich die deutsche Industrie zu vielen anderen. Sondern ist das jetzt ein Irrglaube von mir, das so positiv zu sehen? Und würdest du das bestätigen, das ist eine Chance, aber da müssen wir auch jetzt wirklich investieren, weil die Leute gehen jetzt auch irgendwann in Rente, die die Expertenwissen haben. Also es ist auch ein Zeitfenster, was ich glaube, was sich irgendwann schließen wird. Und da würde mich einfach deine Meinung da interessieren. Ich glaube, wir sind in Deutschland ziemlich gut darin, technische Systeme in Organisationen einzubetten. Wir wissen, wir brauchen zum Beispiel den Betriebsrat. Wir wissen, wir brauchen die Experten und die sind ernst zu nehmen. Die erzählen nicht einfach irgendwas. Das ist schon ganz gut. Und gerade die Adaption und die Integration in die Organisation ist natürlich etwas, wo man gewinnen und verlieren kann. Man kann die beste KI-Technologie oder überhaupt die beste Technologie in Unternehmen einpflanzen. Das geht total schief, weil sich alle weigern, damit zusammenzuarbeiten. Oder es kann eben auch mit einer mittelprächtigen KI sehr, sehr gut laufen, weil es so viele Effizienzvorteile bringt. Und gerade diese Umsetzung, diese Einführung, das ist etwas, was wir gut können in Deutschland. Und das ist, glaube ich, auch eine große Chance für den Standort, weil wir eben genau die begeisterten Menschen haben, die sich gerne mit Technologie beschäftigen und vielleicht eben auch die Integration besonders gut gelingen kann. Begeistert bist du ja auch von dem ganzen Thema. Jetzt bist du bei uns Professorin ja an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Wie kommt man da eigentlich zum Thema KI oder wann bist du zu dem Thema KI dann gekommen? Ja, Roman, das ist lustig. Genau wie du. Und zwar, ich habe mich, ich beschäftige mich, ich habe mich eigentlich mit Performancemessungen beschäftigt und es gab technische Systeme, die Menschen super gut vermessen haben und denen auch Feedback gegeben haben. Die Leute haben es ignoriert und wir haben gedacht, das gibt es auch gar nicht. Das technische System kann alles so gut sagen. Der weiß, das weiß genau, was der Mensch machen soll und es interessiert den nicht. Wie kann das denn eigentlich sein? Und wir haben dann eben natürlich versucht rauszufinden, warum ignorieren die das denn so weiträumig, die tollen, wichtigen Hinweise des dominanten technischen Systems und kamen danach auf verschiedene Probleme. Zum ersten Mal können die sich die Hinweise nicht erklären. Wie kommen die zustande? Warum ist das so? Verstehe ich nicht. Die müssen also die Technologie gut verstehen. Eine zweite Sache ist, naja, aber sie möchten sie auch nicht bevormunden lassen. Sie wissen das doch besser. Sie haben 20 Jahre Erfahrung in dem Job und jetzt kommt da so ein Assistenzsystem und sagt, mach das ein bisschen anders. Da muss natürlich auch Akzeptanz geschaffen werden. Und deshalb begeistert mich eigentlich das Thema Einführung von Technologie in Unternehmen so, weil es eigentlich sehr, sehr viele Aspekte, die wir so in der Personalwirtschaft immer schon besprochen haben, nochmal sehr auf den Punkt bringt. Also es muss Akzeptanz geschaffen werden. Die Leute müssen verstehen, was da gemacht wird. Es braucht Transparenz. Das Ding muss erklärbar sein für die Mitarbeiter. Und so ähnlich bin ich dann auch zu KI geraten, weil da natürlich nochmal ganz viele Probleme kumulieren. Ja, absolut. Und die Begeisterung spürt man ja auch. Und danke dir herzlich für das Gespräch. Ich glaube, wir haben viele Einblicke geben können. Und ich denke, wenn euch das Thema genauso interessiert wie wir uns beide, dann sind wir da auch offen für weitere Fragen und Diskussionen. Könnt ihr gerne mit in die Kommentare reinschreiben. Sowohl Kirsten als auch ich sind jederzeit da immer verfügbar und freuen uns einfach auf weitere Anmerkungen. Die Studie, die du erwähnt hast, die verlinken wir auch noch. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch nochmal interessant. Da waren ja schon ein paar wichtige Einblicke dabei, die man jetzt nicht in der ganzen Gänze hier diskutieren kann. Also von daher, das Thema wird uns noch weiter bewegen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.